In unseren schnelllebigen Zeit gibt es immer weniger Spieler, die für Loyalität und Verlässlichkeit stehen. Messio Letizia war in den 80er und 90er Jahren ein Vertreter dieser scheinbar aussterbenden Spezies. So wurde der Engländer nicht nur bei seinem Herzensklub FC Saushampton zu einer echten Legende. Auch wenn bei dem Namen Letizia nicht sofort etwas in eurem Kopf klingen sollte, ist davon auszugehen, dass euch der 1,87 Meter Schlags zumindest auf YouTube schon einmal über den Weg gelaufen ist. Führt doch in jeder traumte Compilation, die etwas auf sich hält, kein Weg an dem Engländer mit dem Pferdefuß vorbei. Richtig gehört, Letizia ist trotz seines französisch klingenden Namens ein waschechter Brite. Beim Namen Letizia geht englischen Fußball-Fins noch immer das Herz auf der spätere Spielmacher erblickte im Oktober 1968 in der kleinen Stadt Gurney das Licht der Welt. Die kleine Gemeinde befindet sich auf einer Insel im Ärmelkanal und erklärt somit den Ursprung seines außergewöhnlichen Namens. Nachdem Matt bereits in jungen Jahren seine Klassenkameraden mit Kunststücken wie verwandelte Eckbaltere verblüffte, packte er 1985 den Sprung zum FC Saushampton. Ein Jahr später feierte der Engländer sein Debüt für die Sands und entwickelte sich in den folgenden Jahren zum absoluten Aushängeschild des Traditionsvereins. Dabei spielte er sich durch seine eigenwillige Spielweise in Windeseile in die Herzen der Fans. Während seiner gesamten Karriere nicht gerade für seine Dynamik bekannt, bestach der Rechtsfuß stets mit seiner exzellenten Schusstechnik und war auch in der Lage, seine Teamkollegen durch punktgenaue Seitenverlagerungen in Szene zu setzen. Seine traumhaften Distanztöre blieben aber am meisten in Erinnerung und so konnte er sich 1994 über die Wahl zum besten Tor des Jahres in der Premier League freuen. Seine beste Saison spielte der offensive Mittelfeldspieler 1993-94, als er mit 25 Treffern seine Mannschaft im Alleingang vor dem Abstieg aus der höchsten englischen Spielklasse bewahrte. Obwohl keiner seiner Teamkollegen auch nur annähernd an seine Qualität heranreichen konnte, blieb der Engländer seinem Klub dennoch treu und erteilte so manchem Spitzenklub eine Absage. Der ständige Abstiegskampf könnte zu den wenigen Erklärungen gehören, wieso es der Zauberfuß in der englischen Nationalmannschaft nur auf acht Einsätze brachte. Dabei hätte Letizienz Reliance nicht nur aufgrund seiner exzellenten Freistöße mit Sicherheit gut getan. So war der Spielmacher in seiner gesamten Karriere auch für seine Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt bekannt. Von 49 Versuchen in der höchsten englischen Spielklasse versenkte der von seinen Anhängern liebevolle Gott getaufte Profi satte 48 Stück Souverän in den Maschen. Bis heute kann ihm in England in dieser Kategorie kein weiterer Spieler das Wasser reichen. In seinem letzten Pflichtspiel für die Saints, das gleichzeitig auch die letzte Partie im altehrwürdigen Stadion de Delva, verabschiedete sich Letizier standesgemäß mit einem weiteren Traumtor und brachte die Fans ein letztes Mal zur Ekstase. Im März 2002 VR kündete der von Verletzungen geplagte Edeltechniker sein Karriere-Ende. Vor wenigen Jahren offenbarte Barker-Legende Xaxi, dass Letizier eines seiner Jugendidole gewesen sei, da nur er es zu verstehen wusste, seine Gegenspieler quasi mühelos und ohne viel Tempo stehen zu lassen. Der von einem der besten aller Zeiten geradelte Brite trat nach seiner Karriere häufig als TV-Experte auf und war dabei so treffsicher wie gewohnt. Ich bin der Schicksal, da auch immer noch ein paar Jahre alt ist. Ich bin der Schicksal für die основen, dass er genau der Schicksal ist. Schicksals ist ein Grund, dass wir die erste Begräuert haben. Ich bin der Schicksal, der Schicksal ist der Schicksal ist. Sie sind der Schicksal sind die Schicksal.